Servus Pyrus, servus YouTuber, Leuchtturmmeester, grüßt euch. Im heutigen Video schauen wir uns mal die absolute Neuheit an, das Alphatier vom Blackbox. Warum habe ich diesen bei WeLovePyrus? Der Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Geht mal vorbei, ist ein neuer Shop. Ordert euer Feuerwerk dort zur Abholung jederzeit möglich, natürlich mit Sondergenehmen oder im 27er. Ansonsten jetzt schon für Silvester vorsorgen. Das Alphatier ist sehr, sehr schön anzuschauen mit seinen 991 Gramm NEM. Ein fantastischer Fächer, aber das ist man ja gewohnt, die Qualität aus dem Hause Blackbox. Ich kann ihn nur empfehlen, es ist wirklich ein sehr schöner Cake. Wir sehen ihn gleich aufgemacht mit diesem Wolf. Allein das Design, das knallt rein mit seinem 25, 30er Millimeter und der 60 Meter Steighöhe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, das Abo und cheerio, adieu, Leuchtturm. Grüßt euch. Grüßt euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017